Kennen Sie das auch? Sie treffen sich mit einem Freund ohne Erleben folgendes. Mario, kann ich hier los? Ja, nicht gut, aber der hat Zigarettenrauch. Sie sind genervt von dem ganzen Zigarettenqualm. Also besorgen Sie sich Rauchfrei 2000! Stecken Sie einfach die Zigarette an die vorgesehene Vorrichtung und keiner wird sich mehr beschweren über den Zigarettenqualm. Nun können Sie sorglos durchs Leben gehen. Und Ihre Arbeitskollegen und Freunde werden sich bei Ihnen bedanken. Ja, das ist ja angenehm, die reine Luft. Ja, das ist ja angenehm. Das klingt so gut.